Im Windkanal geht man in erster Linie, dass man den Jungen und allen Athleten zeigen kann, wie der Wind auf der Person oder auf dem Körper wirkt. Wir sehen hier genau im Windkanal, in welcher Position die besten Werte sind, wo sich das Gefühl merken und die Bilder im Kopf haben, dass man es dann auf dem Schnee genau gleich umsetzen kann. Der Athlet kann weiterhin lernen, dass er seine Kleider richtig anzieht, Helm, Handschuhe und der Trainer kann sehr viel profitieren, dass er den Athlet beobachtet, ob er mit den Idealpositionen des Windkanals noch etwas verbessern kann. Ja, vom Materialtesten her, das macht es am meisten Karl, bei welcher Luftfeuchtigkeit, welches Material am besten geht, das hat er im Griff. Aber jetzt ist eine neue Generation, in der man schnittresistente Unterwäsche und so was denkt, und da denkt man wieder bei Stoffen auf ganz neue Sachen und die kann man vielleicht auch in einen anderen Ort wieder einfügen oder einbasteln. Ich will mich da nicht auf 100 oder auf 1000 festlegen, aber wenn man es um 100 oder 200 Jahre rein verlässt, kann man es mit einer Optimierung von dem Material vielleicht gewonnen haben. Für mich ist es sehr eindrücklich und wunderschön zu sehen, wie Karl mit über 80 noch voll Gas dabei ist und ja, so viel Gas gibt für den Skisport. für mich ist, dass er es wieder decoriert, so viel Gas ist das mal sowohl. Aber die Leute sind hier auf keine Ahnung, rua Gas bei, aber bei mir ist es natürlich auch so gut. Und jetzt kggs ben phenwertenят, und die Zeit haben schon gehört.